Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pro Clubs von den APK Gaming Pros wieder mit dabei natürlich der Alex Halle und ich bin ja auch immer loslegen aber ja irgendwie das mit den Freunden es gibt wie die Kopie ein ja also nur kurz vor Schuss Info bei uns bei ich könnte mal bei mir zeigen sie das Jahr wenn die Freunde nicht mehr angezeigt und hier ist es genau so das heißt die haben da kann irgendwelche Störungen oder so naja und nicht mal mehr von den Zufügen oder irgendwas ist da und nö das wird einfach aktuell nicht funktionieren alles kommt auf den Blick auf die Eier ja es ist irgendwelche Störung haben sie halt aktuell können kann korruptiv das war zum St ich immer so dass man nicht geht aber es geht eh nur ein paar Stunden so wenn überhaupt spätestens morgen geht es bestimmt wieder ja so und so jetzt aber Pro Club und Action bringt die Action nach der kann nichts und ich habe vergessen so mit dem Spieler es kann sich mit dem gerade denn es ist alles flüssig aber immer mal an es ist die Lüge nach einem Pro-Marsch als er wollte ich runter spielen und her und er muss sich auf dem Buch gespielt werden Lappen ganz dick abseits richtig dickflüssiges abseits oh yeah schade das Internet schon wieder und zehn Stunden Lauf Lauflauflauf im Jahr sehr gut einmal Rolle in einem Mann sehr schön wo auch immer nur das ist sehr gut alle ab und über die Mauer machen wir schützen zu so so ich bin mit dem Namen heraus ja und wenn sie funktioniert so jetzt kommt an ja ich muss sie sind man kommt es mit dem Besonderer aber ich musste in der Sekunde spielen also nicht den Schritt zurück Mann das ist für eine Abwehrscheibe man kann aber von Abwehr egal werfen sie zurück richtig nicht so auf die Füße noch ja noch und es bleibt auch so also hoffentlich nicht aber es hoffentlich nicht und bleibt auch so hoffentlich nicht sehr hoffentlich nicht wenn es nur ein zu so dass man so ja 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 der Basch absetzen es geht nicht alles so wie es hätte ja okay okay ja 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 ich bin ich bin ich bin ich bin ohne davon ist wo die mann mann ja er ja genauer die Böse den Brot für den Kanzkopf bestimmt Schwule Koppel ist klar die Keine hingehen wenn die Beider gespürt werden Eintritt noch zu weitem also zu geben zu glauben Hanna Torhüter hat nur vorhanden ja es ist sehr sinnvoll um um der Pastor so lange Verzögerungen mehr schützt gesehen die Stimme merkt der Laufdruck 20.000 Meter und noch verlegen müssen in Sachen auf die Eier und jedoch hin der März sind Arschen hält oder seine Rutscheid oder wir haben abseits er geht doch einfach hin mit der Hand scheiß Gammel Torwarte höchst macht spektakulär ich gehe mal nach unten man wissen wenn es bleibt nicht aber noch die haben die 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 Millisekunde und das ist in den über die ganze Abwehr drüber kommt Kirstein mann die Hälfte müssen in Europa bringen wer wird na das ist das macht er eben so gut und schätzt ein Spiel und man die Fressen der Probe oben Alonso eine Mütter Städter in die Einladung das ist die Keine Ahnung die Schülpfe die dritte Lappen machen wenigstens Koppel und es nicht der Konzeption und auf die Mitte wo ein Junge was findet bei Mitnahme ist so muss es immer sein 8 und nun bei mir wollen wir ein ein paar der Kratmeter sein zu machen in der Hälfte Jürgen so muss es immer laufen hier ist und so ist das Beispiel Nürnberg so wird er hat die Richtigkeit immer angenommen sie sind gespeichert und so viel zu können der Kostel nun mal mit denen den Monat man wollte die Ministerin Tränen dem Monat von Wien ja Standard von mal Zeit für und wir haben wir ein Ferien zu tun ja ein muss auch fischend Bordeleckel nun nur bis sieben Uhr morgens wach gehen ja und es ist ja kein Problem es könnte auch nachts schneiden der Kälschen tagsüber schneiden müsste er hat es weiß der Falle kein Bock das ist alles raus zu suchen geht nur so auf die Eier des Schleimspäters entschieden er und so was er für zu mir gepasst da ist ein Problem die Ego Mode Brille aufgeholt hier Eger Kock erbauen können wir auf einmal richtig gute Ball mit nahm machen wenn das ihm gerade mal wieder so gut mitgenommen Mürnchen bei mir funktioniert es leute ja es gibt das sind jahre dauernd in 3 20 so schmorenlich ach scheiße ich hab schon viel früher gedrückt das er hat ausgesetzt das Leben um die Köln bei den Kampfer überhaupt nicht klappt nein ich glaube dann okay ja jetzt nicht doch und abzuhören das wieder gehalten muss man hier bei der die hier der Unternehmer und zwar geiler und schießen scheiß nach dem und so ein Lappen dieses schwule Lappenschein Lappenschein wir sollten die einen der nächste Ausfall 7 Mann Mann in den Gegnern streben ist oder sie haben wir oft nicht wieder einfach durchkommt er uns aus dem Abseitshaushalt Prozent Bordel Jungen fast doch passiert die GmbH alles noch über die Lärmung wenn es wieder hier kommt es so Standard das ist die Geräte mit der Haken mitgenommen er ist er bis dahin aber er will entfieferiert bis zu den Karten dies immer und jetzt mal hier Prämium Annahme so nehmen so gut nehmen die Bälle Gribberie Robben und Prozent Messie mit normalerweise Messie und der Hauden da ist wie geil reißen Alarm grün der Fitness außer Alex der hat Geld in der Schreie auch für in der Schreie ist gar nicht so viel inzwischen ich habe es abgewöhnt immer so viel mehr zu werden muss allerdings Prozent die Fälligkeiten annehmen ja ich bin schütze ich habe es schon immer nicht gemacht weil sie für 14 mit der Räume und neue Wälder ist die Scheiße zweite Luft wer denkt so was das ist nur alle Gründe letzten fünf Stunden oder so ein Schubkriegs- und man muss sie mit dem Haus wirklich nicht gewartet er war scheinlich dann passen können so prämen gewesen ja ich muss es ein zögern so klar und erlauben alle drei abgestiegen sind in den Ball in der Richtung aber alle drei das ist ein erschienen aber ich sage ich will direkt gepasst er wäre uns gut ja genau man muss kommen und zu fiktig die Strasse müssen das war sinnlos soll ein auf oberteam fähig machen aber das was muss so weit nur ein Problem einmal Eimer Tor für Eimer Torhüttel die sich locker einschieben können nur ein Mann an Ort Torwart Mönchens nicht die Bündnis an 9 lange Bälle plus 1 2 die Welt war noch nicht mehr als die Scheiße die man kommt das ist die Krippi der was hat der starken Fuß links oder rechts im Pro Sönden ist weiß man bloß an Nürnbergrechts und normalerweise der Ballern gesessen er steckt man den Nougat hat er hatte 9 so ein paar Zeichen Städten lassen auch wie ihm in der Sonnabendstil und was ist das das regt voll und so das so sinnlos so müssen vorliegen und erinnert sich über das Leben alt ein halberer von P da hat er zu tun müssen bei uns an und scheiße ist es können die oder mit der Scheiße Soda mit Pelsus ja noch hören wir ja aber wie ich um die Krüche von von Bonsignal und er ist von uns ein Teil der GmbH Bogen die Fresse des Norden oder was fiktiv ja die Füße die Füße da war das Bösen Geld Morgenschen das war und bei Sto und so die Füße noch nach in der Normung um vor allem ich krieg freundet der eine spiel von hinten gibt mein Bruch vorher ein Buch ins Gesicht gibt gar nix weiter das hat mich nur richtig auf wieder alles so unnötig wie viele die Ehe aber unnötig werden unnötige darf nicht mehr existieren und unnötig seid ihr die Ehe sollte durch verboten werden dann ging es vielen leuten besser weniger aggression da kommt so viel verstärkt über battlefield war ja Martin zu groß die nächsten und dann wird ja ja will er kann zu vergessen immer wieder einmal drauf meinem Beinemann und mit meinem Penis fiktig und das ist ja gerade richtig durch schon wieder mit einem scheiß Gammelspieler weniger ja warum ja unnötig man macht nichts das ist ein bisschen Wetter mit dem passenden Spieler das muss nie so bei diesem Säulen Montau das ist ein der Wienpläne die Schätze fiktig noch wirklich nicht und es wieder gelaufen ist ja wie gut ich habe die ganze Zeit hat drei gedrückt dass er weiter passt und er wurde von und er ist egal das schon und mann ist ein Armin Stimmensgefick zu viel Stress ohne Grunde wenn man es will so viel Stress gehört die Falle wie du machst und stress mit dem der Scheiße ist durchfangen ganz locker Künstler jetzt ich kann ja 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 jetzt zu kommen Abschüsse das ist so viel Speed drauf Götterin dadurch genau gibt nix wo weiter warum wir nun zurück von den ersten zu dir hingelaufen Prozent die politikler und schießen sobald diese eine Ballannahme die gibt es in 20 Jahren die Tiefel nicht mehr um Nein das ist auch in denen ich bin schon dringend gesehen sagt so er ist auch drin sonst ist es wohl ich habe gedacht die geht um Prozent zwei Niederstorben Kostel ins Tor ein Prozent mit dem Weg der Konferenz also in der Stadt Möten Mönchengen und sind alles nun begegnen der Ball einfach und dann und so wollte und dann und genau die gehen einfach und weg schlucher ich kann es passen das Koffer und das dann stamm Nelene die Welt der Tränen zwar umlaufen die jahre wir waren nicht treffend zu wollen die leise vorne ein Verlangen sollte man die Geln nicht treffen und nicht treffen nennen nene was für den Spacken kann nach oben manche Händel für die müssen wir zu bleiben nicht die Köpfe die Leutung der Begründung abwürft wurden Weltwerk kann nur noch die 90-jährigen die Welt erhält was macht ihr das für die Sturl scheiß liegen hätte man locker auffangen können hat es nur Abfall wie 90 Minuten drei Stunden ja sehr gut auch sein für die DG 9 90 Prozent der drei Stunden müssen wir im Balkon verbracht haben es nur mal weil ich schreibe auch so um mit dem Geschenk sehr schön wir haben gewonnen 2 1 Scheißspieler weg aber die Bibliothek um und wieder gemacht zwei Mal nur gehört bei uns sehr gut und zwar habe ich glaube ich vorgelegt oder nehmen einmal ist aber du in den Kopf wollen du hast geflankt auch bei mir der Gegner der Titel mit dem Ball Premium an und macht er bei dem anderen was ich beteiligt sind das war noch mal vier Punkten naja muss man sagen ja das war's für die Folge und bis zum nächsten Mal ciao zu